Ein Teil Bremens liegt zwischen Himmel und Erde, einem magischen Ort auf einem Hügel, von dem aus wir in einem Moment den Ursprung und die Gegenwart der Menschheit sehen. Der magische Hügel ist erfüllt von unseren Menschengeschichten und gekrönt von einem seltsamen metallenen Kreis, Metalhenge. Betreten Sie Metalhenge und erleben Sie Bremen vom Kosmos erleuchtet.